Kannst du ne Dings mitbringen? What? Ne, ähm, ne Wrench Äh, yes, I can Und mir bitte ganz dringend was zum Essen Yes? So, die Fragment! Geh da rein! Wo immer du hierher kommst Wait, I... I came to you Excuse me a second Okay Äh... Du brauchst Essen und... Nochmal Essen Und die Wrench nicht vergessen, gell? Ja Da, Wrench Wo haben wir Energy Crystals? Äh... Wir haben hier die Goldene Wrench nicht mehr Neos... Bronze... Weiß ich nicht, keine Ahnung Weil die haben wir da nicht mehr Wieso nicht mehr? Wieso schon, was brauchst du in der Wrench? Äh, um die Dynamo umzuändern Kannst du rein und abbauen? Äh... Ne, ich... Ja... Aber... Ne... Ich brauch trotzdem Essen, ich hab noch zwei Herzen! Ja, Mama... Ich bin unterwegs... Schauen wir mal, ob wir schnell Bronze haben... Ja, haben wir... Ja, gut... Ja, gut... Ich bin unterwegs... Ich bin unterwegs... Ich bin unterwegs... Und wo bist du? Danke... Das siehst du, wenn du... Wenn du zu krövig ist... Ah... Ja, natürlich... Ja, natürlich... Das wichtigste ist gerade Essen... Oh, mein Jetpack ist leer... Ups... So... Now we're gonna try this and this... And this... Thank you... This is mine and this is leer... Up, up and the way... Schau mal... Ich bleib... Ich bleib im Wasser, wo ich im Inventar bin... Juli... Hm? Ich bleib über dem Wasser, wo ich im Inventar bin... Mit deiner Rüstung, oder was? Ja... Lol... Guck mal, ich die Größe gut von der Crowey, oder? Ich... I don't come off this... Play... Opened off, because I don't want to pack... Achso, stimmt... But I come to you... Es sind 60 auf 60... Und ich wollte... Ich wollte... Ich wollte... Oh, Junge... Mein Vater kommt nicht mehr hoch zu... Ich hab keine Geraschaden bekommen wegen dir... Sorry... Mein Vater kommt nicht mehr hoch... Ich wollte... Ich wollte... Ja... Ich hab Bock auf den Jumpen hören... Ne? ein... Ich hab keine Geräte... Er... Ja, weil du wahrscheinlich gerade da hochjumpst... Ja... Können wir gern wieder hoch... Jetzt geh ich aber aus... Das geh ich ja aus... Zuhu... Zuhu... Jetzt geh ich auch aus einer Gruppe, wie immer wenn ich irgendwo hoch springe... und damit macht es keinen Bock mehr, wenn jemand mit mir zocken will, dann fahr, da geht es runter hui 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 jetzt verpissle ich mal, ganz ehrlich dann werden die Kabel leben noch, oder zumindest die Engines ich glaube, dass die Engines die explodieren nicht so, weil das zu wenig sind Akshmari, dich, da sind zu viele Engines dran warum, wie viele Jahre hast du denn dran? ich habe jetzt gerade eben zwei dran, und da ist der Strich bei mir auch die ganze Zeit drin hm, wo ist jetzt der Kleintner hin? die ist weg oh, auch nicht schlecht ach ja, ach ja, ach ja ähm ähm m e m e m e ouch m e m e m e m e m ich habe mich nicht abschlachten mit mir bestärker besser als ich den Vorteil mit einem Crossbow der dich two-hitted mich? nein den Sammy Pac-Man ja, dich two-hitted er auch äh, Gold? komm da hin boah, das reicht aber gerade so ich habe mich nicht angeschrieben hmmm heil oh scheiß wie patti du tippst so laut ja sie schreib grad hypo ach so ähh bin teckett dabei wenn hypo fragt wenn hypo jetzt gleich hochkommt wir nehmen nicht mehr auf, wir sind schon fertig ok warum haha wieso ich hab ihm gerade geschrieben dass er vielleicht schon wieder nicht mehr teckett dabei ist was hat er dabei war jetzt jetzt ich brauch controller ich brauch drive und crafting terminal mal guck mal schau doch auf und gehen nein 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 ja 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 äh ja hab ich schon mal gesehen gut ich brauch ne ich brauch ein paar mehr also ich muss rubber einschmelzen ne ne du musstest nikolai einschmelzen Nikolai 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 ja 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 auf jeden ja doch ja die die Eigentlich der untere Slot von der... Keine Ahnung, frag mich nicht.